Moin Leute, da melde ich mich leider nur ganz kurz mit einer Aufnahme. Ja, ich wollte mich dazu irgendwie äußern, weil ich das jetzt ein paar Mal zugeschickt bekommen habe, dass ein großer, das ein großer, ja, ein großer Versand in Schweden, mit dem ich selber zusammengearbeitet habe vor vielen, vielen Jahren, bin ja Gott sei Dank aus diesem Business raus mit dem Hass, wurde Midgard Records, Midgard Shop, wurde von einer antifaschistischen Seite gehackt und die haben über 20.000 Kundensätze erbeutet. Das ist, ich habe das dann zugeschickt bekommen und ich bin dann auf die Seite rauf und die ist unter diesem Video auch verlinkt und wenn es euch mal interessiert, wer in eurem Dorf oder in eurer Stadt vielleicht bei diesem Neonazi-Laden bestellt hat, könnt ihr das prüfen. Ich will jetzt gar nicht Personen hier vorführen, das ist, ach Gott, ähm, ähm, ich habe Namen eingegeben, ich habe Städte eingegeben, es sind ein paar Namen aufgetaucht, die mich nicht überrascht haben, ähm, ich habe auch ein paar gefunden, wo ich dachte, okay, ähm, das ist schon, ähm, wirklich sehr, sehr spannend, also es sind 20.000 Sätze, es geht um diesen Shop hier, ähm, es geht um diesen Shop, ähm, hier von, ähm, Midgard Records, we ship worldwide, das wissen wir jetzt, Visa und Bitcoin wird da auch genommen, die über 2.700 Artikel in den Shop haben nach ihrer Auskunft mit sehr, sehr, äh, krassen Inhalten, viele verbotene Dinge, die in Deutschland verboten sind, ähm, stark rassistisch, stark antisemitisch und sind auch angehängt an der schwedische Widerstandsbewegung. Dazu gab es einen kurzen Artikel auch von der Taz, ich weiß, dass die Taz natürlich sehr weit links steht, das macht es aber nichts, ist von dem Autor, der über mich auch schon mal geschrieben hat, einen kritischen Artikel vor 6, 7 Jahren, aber das ist dann auch schon lange her, da muss man dann auch mal, äh, drüberstehen, am 7.12. hat er das veröffentlicht und um 18 Uhr und zwar Nazi-CDs ins Ministerium bestellt, das muss man sich auch mal vorstellen, Hacker haben, äh, Bestelllisten eines rechtsextremen Versandes veröffentlicht, auch ein Mitarbeiter des niedersächsischen Umweltministeriums ist da drauf, was dann auch sehr spannend ist. Das Angebot des Internetversandes ist breit, zugleich aber auch eng gefasst bei Midgard kann die CD Weiße Wölfe, die fantastischen, äh, die faschistischen vier, äh, die faschistischen vier bestellt werden, My Land, My Brothers, My Heritage oder Baseballschläge mit Aufschritt Tolerant Today, Dead, Tomorrow, seit Jahren liefert der rechtsextremen Szene Versand aus Schweden das gesamte Rechts- und Modemarken und Merchandising-Programm, das die Szene sich wünscht. Auch Oliver P., Mitarbeiter im niedersächsischen Umweltministerium, bestellte bei dem Versand aus Alingses, äh, sicherlich habe er, äh, bei dem Versand mal bestellt, bestätigt die P., der tatsrechtsextremen, sei er aber nicht. Ja, tut mir leid, wer bei, wer bei Midgard bestellt, wer bei Midgard bestellt, ja, also da stolpert man nicht drüber. Kommentiert gerne, wer auch schon mal über so einen Shop gestolpert ist und dann einfach mal zu sich ins Ministerium was bestellt hat. Oh, was für eine schlechte Ausrede, was für eine schlechte Ausrede. In den vergangenen Tagen wurde der Versand von Martin Flenfors und Martin Engelin gehackt. Rund 20.000 Bestellungen stellte ein antifaschistisches schwedisches Hacker-Kollektiv online. Das Kundenregister umfasst die Jahre 2017 bis 2022. Die Kunden bestellten aus ganz Europa. Ich habe auch im Ausland einige Städte gesucht und Menschen gesucht und so weiter, Nachnamen, Vornamen, zeige ich euch aber gleich. Seit 1994 besteht Midgard, äh, besteht Midgard, genau, seit 1994, und ich habe viele Jahre auch mit den Geschäften gemacht. Die haben viele harte Dinge drin, aber haben sich auch von gewissen Dingen ferngehalten. Das ändert aber nichts über das, was dort auch im Kopf los ist. Betreiber sind bei der nordischen Widerstandsbewegung. Die Betreiber von Midgard wollen aber nicht bloß Geld mit Rechtsrock-Fans machen. Sie gehören selbst zur Szene. Engelin sei ein prominentes Mitglied der nordischen Widerstandsbewegung Nordic Resistance Movement. NRM schreibt das Hacker-Kollektiv, das ab 2017 schon Kundendaten von weiteren Rechtsextremen Versandhändlern veröffentlicht. Das NRM soll in Schweden mehrere hundert Mitglieder haben. Anwurte die Bundesregel 2022 auf eine kleine Anfrage der Bundesfraktion der Linken. Die rechtsextreme Partei der Dritte wegen Deutschland unterhält lange ihre Kontakte zu NRM. Sie beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufmärchen. Weitere Angaben zu bundesdeutschen Kontakten möchte die Bundesregel nicht machen, auch um die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes zu schützen. Kurz, V-Leute dürften gedeckt werden. Den gehackten Daten ist zu nehmen, dass Oliver P. von 2018 bis 2022 19 Bestellungen aufgegeben hat. Als Adresse gab er auch die seiner Arbeitsstelle im Ministerium an. Ja, per Post kam etwa eine CD von Erich Kemper mit dem Lied Wir wollen klare Beweise. Da geht es um die Auschwitz-Lüge. Erich Kemper, der hat auf so einem alten Klavier, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein elektrisches Orgel oder sowas gespielt. Und das war auf einer sehr bekannten CD auch drauf. Und eine von der Gruppe Täter folgt mit dem Stück in brauner Uniform. Einzelne Kontakte zum Rechtshochmögen streitet P. gegenüber der Taz nicht ab. Sie lägen aber weit zurück, behauptet der 54, der auch selbst Musiker ist. Ende der 90er, 1980er Jahre sei er aus musikalischen Gründen auch mit dem Rechtshochmusiker Daniel Giese befreundet gewesen. Er habe damals zwei Metal-Fanclubs geleitet, führt er aus. Giese spielte zu der Zeit in einer Metal-Band namens Sakura, welche später zu Rechtshoch-Band wurde. Oliver P. pflegte Briefkontakte mit Giese, bekannt als Gigi, veröffentlichte mit dem braunen Stadtmusikanten 2000 den Song Dönerkiller, der vor der Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds dessen Mordserie musikalisch feierte. P. räumt gegenüber der Taz ein, dass ich seinen Namen auf zwei der ersten Sakura-Alben auf der Grußliste befreundet, einige der Alben seien, als Bulling in Vinylform teilte, als limitierte Picture-Disc wieder veröffentlicht worden. Das Layout entspräche 1 zu 1 den Granalpressen inklusive der Grußlisten, schreibt P. und weiter. Und da war es für mich klar, dass ich diese Scheiben haben muss. Wann hat man schon einen Namen auf einer Picture-Disc? Ja, alles im Leben erreicht. Kontakt zu Giese und zu einem weiteren Rechtsrocker will P. seit 20 Jahren nicht mehr haben. Musikwissenschaftler Thorsten Hinrichs sieht das kritisch. Wenn seine gesamten, gesammelten Bestellungen vor allem auf Freundschaften beruhen, dann ist er offenbar mit Köpfen der Creme de la Creme der internationalen Rechtsrockszene befreundet. P. betont, meine Gesinnung ist alles andere als Recht und führt mit an. Meine beste Freundin ist eine argentinische Transaktivistin. Mein kompletter Freundeskreis besteht aus Menschen der hannoverischen Gothic-Szene. Ja, 19 Bestellungen, okay. In einem Naziladen bestellt zu haben, sei ihm natürlich nicht verborgen geblieben, doch Midgard sei einfach immer der Versand gewesen, der schnell und unkompliziert lieferte. Boah, ich weiß nicht. Den einzigen Vorwurf, den er glaubt, sich machen zu müssen, sei, dass er ihm manchmal so gleichgültig sei, wo er etwas bestelle. Das ist so wie beim Essen. Schlechtes Gewissen bei jeder Currywurst, aber das Fleisch ist eben schwach. Ja, ich bin auch ein Fleischesser, Besteller, aber dann trotzdem nicht bei einem Neonazi-Versandhandel mehr. Also, ich habe auch meinen Namen gesucht. Ich habe noch meinen eigenen Namen gesucht. Das werden mit Sicherheit ganz viele gemacht haben. Ich hatte gedacht, vielleicht sind da noch alte Datensätze drin und so weiter, aber es sind keine alten Datensätze drin. Hinrichs betont, indes diese Bestellung lediglich mit Gleichgültigkeit abzutun, sei schon dreist. Diese Gleichgültigkeit löst nun nachfragen beim niedersächsischen Umweltministerium aus. Eine schnelle und zugleich umfassende Aufklärung habe ich schon begonnen, sagt ein stellvertretender Pressespräch des Ministeriums. Das ist von der Taz vom 07.12. findet ihr selber. Und zwar braucht man da nur eingeben, Nazi-CDs ins Ministerium bestellt. Und das ist ja, wie gesagt, die Seite, die hier durchläuft. Und das schwedische Hacker-Kollektiv hat sich dazu wie folgt geäußert. Midgard is one of the largest online stores in the Nordic region for white power music and merchandise. Since the 1990s, Midgard has played a significant role in the Nazi movement in Sweden, serving as an infrastructure for the movement. Over the years, Midgard has actively participated in and financially supported several Nazi organizations as well as being present at internal events. Also, da geht es einfach um die Stellung, tut mir leid, dass ich das kurz übersetze, es geht da um die Stellung Midgards, die dort sehr, sehr aktiv ist, die Strukturen schafft, Strukturen unterstützt und natürlich auch bei Events dabei sind. Midgard operates from Aling says, the publishing company behind Midgard is bla 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 bla. Martin Engelin, Martin Flanforce both have connections to the Nordic Resistance Movement, where Engelin continues to be one of the organization's more prominent members. Also, ganz klar sind hier die Sozialversicherungsnummern, glaube ich, genannt worden oder die Firmen-Nummern, die beiden Betreiber und dass sie prominente Mitglieder dieser Nordic Resistance Movement sind. Just as we have previously obtained and published customer information from Kamboden in 2016, Midgard in 2017, White United Shop in 2020 and Greenpilt in 2023, we can now also share Midgards Customer Register from 2017 to 2022. The Register includes approximately 20.000 orders from customers around the world. Ja, also, sie haben mehrere Shops ja schon mal hops genommen und jetzt haben sie 20.000 Bestellungen in den Jahren von 2017 bis 2022 aufgelistet. Da muss man auch mal sagen, was das für ein unglaubliches Potenzial ist, über wie viel Geld man da spricht. Da bist du dann auch im Millionenbereich. Wichtig, dass diese Daten da mal erbeutet worden sind. Das ist mit Sicherheit ein großer Schlag gegen die Neonazi-Szene, das auch zu veröffentlichen und seinen Namen auf diesen Listen zu finden. Ich bin gespannt, wer da welche findet. Also, sie haben 2.500 Einzelkunden feststellen können, die aktiv dann die Nazi-Szene in Schweden durch Bestellung unterstützt haben. Due to the extensive of the Register, we have chosen to place it on this external page with a feature that makes it easily searchable. We want the Register to be a resource for anyone who wants to investigate and attack the Nazi-Movement, which is the publication. We want to show that one can never be an ominous when choosing to support the Nazi-Movement. We will always find you. It's only a matter of time. Ja, durch, sie haben dann beschlossen, diese Daten auf einer externe Seite mit einer Suchfunktion raufzustellen. Und die Liste soll eine Quelle sein, um Leute in den Nazi-Movien zu attackieren. Bitte, bitte, bitte nicht gegen Menschen vorgehen. Das kann man aber so und so lesen. Ja, bei diesen Listen sind auch die Komplettadressen, wo hinbestellt worden sind, zu sehen. Man kann sogar anhand der Bestellungen sehen teilweise, wo welche Leute dann hingezogen sind, weil sie jedes Jahr bestellt haben, umgezogen und so weiter. Telefonnummern sind da drin. Also es ist ein unglaublicher Datensatz, der da erbeutet wurde. Und da kann jeder das mal prüfen. Also Sie wollen mit dieser Veröffentlichung, wollen Sie zeigen, dass niemand anonym ist, anonym, dass die Nazi-Bewegung unterstützen kann. Wir werden dich immer finden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dieses Register sieht hier wie folgt aus. So startet dieses Register. Man sieht Personennummern, die vergeben worden sind. Ich weiß nicht, ob das teilweise Sozialversicherungsnummern sind aus Schweden, die da vergeben worden sind, wenn die dort angefragt haben. Wir haben hier den Vornamen, Nachnamen, dann die E-Mail-Adressen. Eismann1488. Ja, da werden mit Sicherheit E-Mail-Adressen sein. Oioioioi, okay. Dann sind wirklich die Telefonnummern drauf, die Adressen, die Postleitzahlen, Länder und das Bestelldatum kann man dann hier rausnehmen. Und dann sieht man, was hier auch bestellt wurde. Dass man hier wirklich sieht, was hier bestellt wurde. Bound for Glory auch verboten. Der Fight Go ist auch in Deutschland. DST auch verboten. Ja, Klamotten. Ich habe welche auf der Liste gefunden, die angeblich ausgestiegen sind, sollen heute an allen ein ganz biederes Leben führen. Habe ich auf dieser Liste gefunden. Und da habe ich ein paar drauf gefunden. Die gehören nicht zu meinem Bekannten- oder Freundeskreis, aber es sind immer Leute, die sich dann bei mir gemeldet haben, die damals auch in Wismar dann mit aktiv war oder Rostock und so weiter. Und die dann gesagt haben, ja, ich bin da eigentlich raus. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Dann habe ich die eingegeben und habe gefunden. Und 2022 die Fend Europe T-Shirt bestellt, European Aryan Brotherhood bestellt und die und die CD bestellt. Und wo ich mir gedacht habe, ich habe auch ein paar Leute drauf gefunden, wo ich gedacht habe, okay, jetzt sind die auch im Rechtsextremismus unterwegs, die vorher damit ein Geheimnis zu tun hatten. Ja, kann man mal durchforsten. Die Liste ist unter diesem Video verlinkt. Ich finde das mal wichtig, das zu sehen. Man kann nach Städten suchen, man kann nach Vornamen, nach Nachnamen suchen, alles kann man suchen, man kann nach Bands suchen und so weiter. Das sind mal große Datensätze, die geleakt worden sind. Ich kann es immer wieder nur sagen, auch ich werde mir diese Liste, ich weiß nicht, ob ich sie sogar downloaden kann, bevor die mal weg ist, werde ich auch mal ein paar Leute so durchgeben, mit denen ich dann auch so mal in Kontakt bin, die auch immer mal wieder über Ausstieg sprechen oder in dem Prozess sind, ob die dann da immer noch bestellen. Midgard ist jetzt nun nicht der größte Shop, aber es ist schon ein riesen Shop, weil man aus Skandinavien halt sehr viel Verbotenes bestellen kann. Deswegen kann ich nur sagen, also da sieht man wirklich, also hier bei der Suchfunktion kann ich jetzt einfach mal eingeben, ich gebe jetzt einfach mal Berlin ein. Ging das? Nee. Ja. Achso, ich habe nach dem Oliver-Film besucht. Ja, dann sieht man Berlin, Ost-Berlin haben dann einige eingeschrieben. Ja, da sind dann die ganzen Leute, die aus Berlin oder sonst wo. Der Name Berlin kann dann aber auch in den Bands drin sein oder sonst irgendwas. Und da kann man nach allen möglichen Namen und Leuten suchen. Dann weiß man in seiner Stadt oder was weiß ich, wo kann man mal ein paar Leute aus seinem Umfeld. Ich finde es, ich habe das fast gelesen von jemandem, wo ich gedacht habe, krass, Alter. Krass. Ich habe das noch vor einem Jahr da bestellt und dann, ja, na gut. War mir wichtig, euch das mal mitzugeben, das als Kleid. Ich habe die Information auch nur bekommen, bis die letzten Tage an mir vorbeigekommen. Ich habe ja sonst eigentlich Google Alerts und so weiter, aber ich bin viel unterwegs, viel Arbeit. Ich bin auch ein bisschen K.O., das wirklich das Jahr zerrt an mir. Wir haben ja eine neue Firma gegründet, in der, in die auch viel Zeit jetzt fließt und die richtig losgeht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön dafür, wobei ich da kann ja was zu beitragen, die Firma ist so speziell. Und ja, vielen lieben Dank an alle, die das hier kommentieren. Daumen hoch gerne. Schaut euch das mal an, schreibt in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch, Daumen runter, wenn ihr mich generell scheiße findet. Ist das völlig in Ordnung? Ihr könnt mich gerne nett beleidigen, nicht zu doll, nicht strafrechtlich beleidigen. Genau. Kommentiert. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich wünsche euch noch eine schöne Form bei einer schlechten Zeit und ich bin gespannt, wer, wie, wo, welche Leute da findet. Ja, das muss ich auch erstmal verarbeiten. Krass, Leute. Ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.